Herzlich Willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Ammersreiter. Viel Spaß! Jetzt gibt es ein Rätsel für euch. Zugegeben ist es nicht besonders schwer, aber ihr könnt euch damit gleich mal testen, ob ihr erstens mal das verstanden habt mit den Tönen, mit den Tonleitern und zweitens mal ob ihr es schafft das nachzuspielen. Ich sage jetzt mal gar nichts dazu. Ihr wisst ja, was es mit diesen Kugeln auf sich hat. Probiert einfach aus, was dabei rauskommt, wenn ihr die Kugeln der Reihe nach spielt, so wie sie hier aufgezeichnet sind. Erste Zeile von links nach rechts, zweite Zeile von links nach rechts. Na, wer findet es wohl heraus? Viel Spaß beim Ausprobieren!